Musik Was ist das hier für ein Ort? Wow! Hier verwandelt Eggman also die Aliens in diesen komischen, negativen Wesen mit den unheimlichen Kräften. Oh, hier bist du! Dachte schon, ich hätte dich verloren. Hast du irgendwas Interessantes entdeckt? Sieh dir das an! Er hat tausende Aliens gefangen. Keine Angst, wir kriegen sie da raus. Sonic, ich habe Jäcker schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Du entschuldigst mich kurz, Kumpel. Ich muss einen Generator abschalten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sonic Colors, sehr wahrscheinlich der vorletzten. Wir haben noch zwei Level und den Boss vor uns. Und dann sehr wahrscheinlich noch den Final Boss. Akt 5 Boah, die Softboxen hier erwärmen das Zimmer doch schon krass. Ich bin vorhin mit Part 9 angefangen. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie lange ich schon aufnehme. Aufnehme. Plus minus ein paar Sachen, die gecuttet werden mussten. Ach, das Laserspielchen, das kennen wir ja schon. Ne, ne. Bitte gerne ganz runter. Boah, das war's gut. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Sah auf jeden Fall gut aus. Da wollte ich gar nicht hin, aber Laser. Ja, schieß nochmal. Nein, dann schieß halt nicht nochmal. Oh, der ist cool. Den finde ich am coolsten. Ich hoffe mal einfach, dass ich mir gerade nicht den ganzen Weg kaputt gemacht habe. Egal. Ich habe sowieso keine Ahnung, wo ich her muss. Also, alles gut. Manchmal verstehe ich nicht, wann Sonic den Bandsprung macht und wann nicht. Ja. Noch ein A-Rang. Ja. Das war ein schönes Knarkis-Level. Boah, zweimal A-Rang in der letzten Welt. Ich bin stolz auf mich. Act 6. Asteroid-Coaster. Asteroid-Coaster finde ich bisher die coolste Welt. Aber wir hatten noch nicht so viel Coaster. Vergiss, was ich gesagt habe. Was ist das? Äh. Okay, cool. Ähm. Okay, cool. Oh, wir sind hinten. Das wollte ich nicht. Egal. Ah. Wodran bin ich jetzt gestorben? Ich war doch noch mitten im Zug drin. Egal, ich bleib einfach mal in dem hier. Nee, dann schieße ich mich nicht darüber. Boah, ich weiß noch. Also die coolste Achterbahn, die ich mal gefahren bin, das ist die Fly im Phantasialand. Das ist ein... Ja, geil. Du siehst halt auch einfach nicht, welche in den Abgrund fallen. Das ist ein Flying Launch Coaster, wo du halt so einen Launch Start hast und mit dem Kopf quasi nach vorne drin hängst. Die ist super. Die ist super und macht so viel Spaß. Das heißt jetzt anscheinend auf die hier rüber. Ja, so weit waren wir immerhin noch nie. Ah, okay. Und hier geht's in die nächste Bahn rein. Okay, hier ist auch keine andere Bahn gestartet. Deswegen... Alles gut. Ich finde, du siehst, das ist immer total schwer, wo man abspringen kann. Ist das da auch nicht schon das Ziel? Nee, das ist nur eine Münze. Das ist nur eine Münze. Gut. Hätte ich schade gefunden, wäre das schon das Ziel gewesen. Öh, Wasser? Ja, was seid ihr denn für Viecher? Meine Münzen, meine schönen, tollen Münzen. Ach, schade ich, dass das Tritt bringt mich ganz nach oben. Ich glaube, das wäre sonst mit der Luft knapschen worden. Sag nicht, du funktionierst auch unter Wasser. Der funktioniert auch unter Wasser. Juhu. Juhu. Rage. Rage. Ach so, okay. Das ist der nächste Checkpoint. Was ist das hier? Rage. Aua. Toll, jetzt habe ich meinen Rüsten nicht mehr. Egal, so geht es auch. Da ist er wieder. Der ist aber unfassbar schwer zu steuern. Bin ich ehrlich. Und ich habe einfach alle anderen Rüsten verpasst. Wisps. Ja, schwieriges Wort. Wo muss ich hin? Ah, ich lande einfach hier. Okay. Dann habe ich es ja wahrscheinlich wieder gefühlt zu einem interaktiven Film, wo ich alle paar Minuten mal irgendwas drücken muss. Nein, ich muss sogar nach vorne drücken. Alles gut, ich habe nichts zu sagen. Was das denn jetzt? ist es so eine Art Bosskampf? Es ist wirklich so eine Art Mini-Bosskampf. Oha. Cool. Dabei haben wir den eigentlichen Boss doch erst. Ah, Mist. Da war was, was wir noch haben. Oh, wir können sogar so einen Turbosprint nach unten. Ja, und damit haben wir, glaube ich, das letzte normale Level abgeschlossen. Und was bekommen wir? Bitte wenigstens ein C-Rang, ich wollte gerade sagen. Ab zum Boss. Leute, drückt mir die Daumen. Wenn es das Zeppelin wieder ist, dann dann kriegt ihr wieder eine schöne Timelapse. Oder vielleicht habe ich auch dazu gelernt. Let's go. Let's go. Sonic ist schon ziemlich arrogant, oder? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich persönlich finde es nicht so cool, dass Sonic so arrogant ist. Also den Humor an sich finde ich gut. Oh, Rainbow Road. There we are. Ich habe Clashbacks. An sich, den Humor finde ich gut. Ich bin was halt wirklich kein Freund davon, dass Sonic so arrogant ist. Mal gucken, ob er auch wieder neun Leben hat. Ich glaube, neun Leben hatte der erste, Das ist neu. Oh, jetzt kommt die Seitwärtspassage wieder. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ging sogar. Das ging, das wiederum geht nicht. Aber wenn die so von oben kommen, kann man denen doch auch einigermaßen gut ausreichen. Also die schwere Phase war ja eh erst die letzte. Oh Gott. Welche davon können mich treffen? Der kann mich treffen. Also die schwere Phase war eh erst die letzte Phase. Ja, Ringe, Ringe, Ringe. Ringe sind wichtig. So, damit sind beide Lichter schon mal ab und eine Kanone kaputt. Was kommt als nächstes? Nächste Kanone. Okay. Oh Gott. Das geht aber. Also das ging jetzt gerade. Aber ich kann ihm, ich kann ihm hier keinen Schaden mehr machen in der Sequenz. Kann ich dir Schaden machen? Nee, anscheinend nicht. Schade. Aber dann hör doch mal auf zu schießen. Ich bin deinem Zeug doch jetzt schon genug ausgewichen. Hä? Ist der Boss broke? Irgendwie muss ich doch Schaden machen. Hä? Verstehe ich hier gerade irgendwas nicht? Jetzt hat er ihn anvisiert. Oh, das hat aber lange gedauert. ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Jetzt noch ein paar Münzen. Das wäre fein. Das wäre fein. Ja, Münzen. Perfekt. Man kommt nicht mehr so einfach an die Schwachstellen ran. Für letztes Mal. Okay. Ja, der macht Spaß. Ich bin ja, den ersten Boss mochte ich ja an sich auch schon. Allerdings musste ich den bloß so x Millionen Mal halt spielen, bis ich den irgendwann mal geschafft habe. Wow, wow, wow. visier doch mal irgendwas an. Danke. 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 Nice. Nice. Aua! Wir sehen uns wieder. Ja, wir haben gewonnen. Finishing mit der Rakete. Zweiter Versuch. Lief deutlich besser als das andere. Damals. Und das war's auch für diesen Part. Danke, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal ist das Finale angesagt. Das war's. Das war der vorletzte Part von Sonic Colors. Warum hab ich nur D? Ich war gut. Danke, dass ihr dabei wart. Puh, das war schon fast anspruchsvoll. Sonic, du hast es geschafft. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Danke. Hey, wir beide verdienen eine Belohnung. Absolut. Wie wär's mit dem Vergnügungspark oder so? Genau. Aber einen, der etwas vergnüglicher ist. Und? Haben wir alle Aliens befreit? Sieht ganz so aus. Die Schlösser sind verschwunden, als der Strom ausfiel. Hoffentlich geht es Jäcker gut. Da bin ich mir ganz sicher. Meinst du, die Waffe, mit der auf dich geschossen wurde, funktioniert noch? Nicht ohne Stromzufuhr. Ich glaube, wir sind sicher. Das ist Musik in meinen Ohren. Das ist Musik in meinen Ohren. Das ist Musik in meinen Ohren.